Königin Letizia, Eklabay mit iranischem Botschafter Jedes Jahr lädt das spanische Königspaar König Philippe, 54, und Königin Letizia, 50, das in Spanien akkreditierte diplomatische Chor in ihren Palast. Doch dieses Mal schlägt eine kurze Szene über die spanischen Ländergrenzen hinaus hohe Wellen. Als der iranische Botschafter Hassan Kaskawi, 65, auf das royale Paar trifft, begrüßt er die beiden sichtlich unterschiedlich, was nicht nur Royal Fans schockiert. Im Video sehen Sie, was genau passiert ist und wie Letizia auf den Affront reagiert. Verwendete Quelle, spiegelte